hallo einen wunderschönen guten abend mein name ist guido von rtn go santers und ich habe hier heute etwas vorbereitet und zwar möchte ich mir heute mal versuchen an eine pendelsitzung versuchen durch eine pendelsitzung kontakt zu meiner verstorbene ehefrau aufzunehmen ihr seht ich habe ja ein pendelblatt vorbereitet diagonale ja waagerecht nein dann habe ich hier das k2 meter hier stehen liegen und als pendel habe ich hier eine kette was ich immer sonst um den hals trage und zwar ist das von meiner ehefrau der ring ihr ehring und werden jetzt mal versuchen ob das klappt aber mit ihr in kontakt treten können ich werde das pendel jetzt erstmal ausrichten das hat gerade ist dass sich das nicht bewegt und werde dann versuchen zu fragen ob die seele da ist ich rufe die seele von sylvia fischer siebig bist du anwesend ihr seht ich habe schon eine antwort ich grüße dich liebe sylvia jetzt tun wir es mal wieder liebe sylvia fischer meine nächste frage an dich warst du gestern bei unserem enkelsohn noah hast du ihn gestern besucht ein klares jahr so wieder gerade machen ich bewege den arm keinen millimeter liebste sylvia bist du oft bei mir und dann kriegst du dir meine nächste Frage sind wir zwei noch eng miteinander verbunden praktisch noch verheiratet und dann die 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 danke dir hast du irgendeine Botschaft für mich die du dringend los werden möchtest nein 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 Kannst du das gar 2 Meter ausschlagen lassen? Geht das? Nein, hast du zu wenig Energie dafür? Ist das für dich hier einfacher mit dem Pendel zu kommunizieren? Auch einfacher mit mir darüber zu sprechen als EVP. Ich habe eine neue App, Mikrofonik. Magst du mit mir darüber kommunizieren? Also soll ich das einschalten und mit dir darüber kommunizieren? Okay. Bist du alleine hier oder ist doch jemand bei dir? Ja. Also alleine. Okay. Bist du stolz auf deinen Mann? Ich bin auch stolz auf dich, dass du mich Antwort gibst mein Scherz. Weißt du das, dass ich dich sehr sehr liebe? Auch dass ich dich sehr sehr vermisse. Bist du gerade ganz nah bei mir? Danke dir mein Scherz. Soll ich jetzt das Mikrofonik einschalten? Und dann willst du darüber mit mir reden? Eine Frage habe ich noch an dich. Ich zeige es sich sehr oft auf Kinect. Okay. Dann will ich jetzt die App anmachen um mit dir darüber zu kommunizieren. Silvia, bist du anwesend? Bist du das gerade? Bist du das gerade? Wie? Das war's. 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 Ja. Das war's. 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 Bis dann. Das war's.